hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen kurzen video und zwar möchte ich euch sagen dass ich beim battlefield 4 casting mitmachen werde ja die suchen nämlich eine sprecherrolle ja man kann also seine eigene stimme dann in battlefield 4 haben und dafür gibt es halt eben so einen kleinen clip den man nachvertonen muss bei phishing in baku wisst ihr ja wo sie da unter wasser sind und so und ich habe jetzt gerade schon aufgenommen ich habe es zweimal gemacht ich habe mich jetzt mit zwei verschiedenen e-mails angemeldet und habe es halt noch mal versucht weil mir die erste aufnahme dann doch nicht so gut gefallen hat jetzt haben wir die zweite aufnahme und jetzt mit dieser aufnahme die ich jetzt zeigen werde bin ich zufrieden und dann hört doch mal kurz rein und mich würde gerne interessieren was ihr davon haltet und es wäre doch verdammt cool wenn meine stimme im battlefield 4 ist oder man muss dann nach köln die talen alles ja die talen den aufenthalt die talen das übernachten man ist dann glaube ich ungefähr zwei wochen unterwegs oder zwölf tage oder so kann ich weiß nicht genau und das wäre verdammt geil wenn ich das schaffen würde sondern wir mal ganz kurz rein hier ich bin mal ruhig ich bin mal ruhig Ich will nicht zu diesem Song sterben. Hey, Irish. Weißt du, was die Fische, die in Barco haben? Negativ, Staff Sergeant. Hey, Wrecker. Wrecker, bist du wach? Komm zu dir, Mann. Bleib bei mir. Respekt, Wrecker. Das war gerade echt eine klasse Fahrleistung. Bis auf das Ende. Mach das Licht am Pack. Shit. Der Sitz rührt sich nicht. Du sitzt fest, Sergeant. Irish, das Letzte, das wir so in der Situation brauchen, ist Panik. Red nicht so, Mann. Du jagst mir eine scheiß Angst ein. Pack, hilf mir, den Sitz zu bewegen. Wir sinken weiter. Scheiße. Wir holen dich hier raus, dann. Hörst du? Wie, Mann? Die Türen klemmen fest. Shit. Das lief alles anders als geplant, Wrecker. Nimm meine Waffe. Was soll das heißen, Dach? Sie gehört jetzt zu mir. Was zum Henker soll das? Damit der Wolf überleben kann, muss er sich das eigene Bein abbeißen. Schieß. Nein, tu's nicht. Los, Wrecker. Zerschießt das Fenster. Das ist ein Befehl. Ich warne dich, Wrecker. Rettet euch. Raus hier. Raus hier. Das ist doch Bullshit, Mann. Hörst du mich? Schießt auf das Fenster und die gehen alle drauf. Rettet euch auf. Also ich finde, das hört sich cool an. Ich bin zufrieden damit. Ich werde das jetzt so abspeichern und abliefern. Und mal schauen. Man bekommt dann, bis zum 1.7. geht das dann. Und dann bekommt man dann mit, ob man denn nun dabei ist oder nicht. Es wäre verdammt geil, wenn ich das machen könnte. Das wäre ein Hammer. Das wäre so aus von geil. Dann könnte ich das let's playen und habe da meine eigene Stimme drin. Aber es gibt sicherlich bessere. Ich weiß nicht, ob ich das packe. Aber mal schauen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe es mal. So, ich speichere das jetzt hier nochmal ab kurz. Und ja, ich wollte nur ganz kurz mal zeigen, dass ich da mitmache. Und ja, ihr könnt gerne sagen, was ihr davon haltet. Und ja, wir sehen uns dann in irgendeinem anderen Video, Leute. Haut rein. Tschüss. Und ja, wir sehen uns dann.